Sandwich-Montage Sandwich-Montage Zwei Dias oder Negative übereinanderlegen und dadurch ein neues Bild erzeugen. Blitzeinsatz Hättest du mich nach Blitzaufsatz gefragt, so würde ich diverse Blitzgeräte erläutern. Hier geht es jedoch um etwas völlig anderes. Ein Blitzeinsatz ist für mich ein Einsatz jeglicher Art, der ohne langes Zögern blitzartig angetreten wird. Ein Einzelbild ist im Gegensatz zu einer Serie eine alleinstehende Darstellung. Es kann ein Gemälde, Foto etc. sein, welches einen persönlichen Kontext oder eine Aussage hat, die nicht durch weitere Bilder ergänzt werden muss, jedoch grafische Elemente zur Verdeutlichung einer Aussage enthalten kann. Ein Einzelbild kann der Bruchteil einer Aussage sein, kann aber ebenso gut dem Betrachter eine Geschichte erzählen bzw. Folgegedanken und Assoziationen hervorrufen. Dennoch ist es, wie der Name schon sagt, ein alleinstehendes, einzelnes Bild. Krossen, Diafilm in Negativchemie entwickeln, Punkt.